Sie möchten Ihre Badezimmer mit wenig Platz organisieren und haben Sie keine Lust zu bohren? Ich denke, ich weiß eine sehr gute Lösung für Sie. Dieses Duschkop-Regal ist ein multifunktionaler Organiser. Sie können dieses Duschregal im Badezimmer aufhängen, um Duschgel, Seife, Shampoo, Rasiercreme, Lockenstab usw. aufzubewahren. Es ist zweiteilig und Sie erhalten einen zusätzlichen Halter für eine Seife. Sie können sie einfach an die Wand kleben. Keine Schrauben, Nägel oder irgendwelche Werkzeuge erforderlich. Aber wenn Sie Bohren bevorzugen, werden Sie auch entsprechende Schrauben zugeliefert bekommen. Durch das offene Design des Duschkorbs kann Wasser schnell ablaufen, hält effektiv trocken und verhindert Kalkablagerungen. Der angebrachte Haken kann in jeder Position des Regals zum Aufhängen anderer Accessoren installiert werden.